Hallo bei Learning Level Up, unser Thema ist der Nachweis von Phosphat-Ionen. So werden Phosphat-Ionen als Komplexverbindung mit Ammonium-Olybdat nachgewiesen. Ein Sicherheitshinweis, die Ammonium-Olybdat-Lösung ist Ätzen, deshalb muss eine Schutzbrille getragen werden. Zur Versuchsdurchführung werden folgende Geräte benötigt. Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Bechergläser, Trichter, Faltenfilter, Spate und Plastiktopfpipetten. Als Chemikalien werden benötigt, konzentrierte Salpetersäure und Ammonium-Olybdat. Nun kommen wir zur Versuchsdurchführung. Im ersten Schritt werden die konzentrierte Salpetersäure und die Ammonium-Olybdat-Lösung in gleicher Menge z.B. 3 ml miteinander versetzt. Im zweiten Schritt wird die zu untersuchende Lösung hinzugegeben und das Reagenzglas wird vorsichtig erwärmt. Dabei muss aufgepasst werden, dass es nicht siedet. Die Abbildung 3 zeigt das Ergebnis. Wenn Phosphat-Ionen enthalten sind, färbt sich das Gemisch durch das entstehende Ammonium-Olybdat-Phosphat gelb. Mit Hilfe der Reaktionsgleichung kann die Reaktion noch einmal dargestellt werden. Ammonium-Olybdat bildet mit Phosphat ein komplexes Salz. Es ist unlöslich und fällt daher aus. Entsorgt werden alle Probelösungen in einem Abfallgefäß. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Phosphat-Ionen werden als Komplexverbindung mit Ammonium-Olybdat nachgewiesen. Das Gemisch färbt sich gelb, wenn Phosphat-Ionen enthalten sind. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere übersichtlich geordneten Lernvideos kannst du abrufen unter folgendem Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!